So, hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mindset. Ja, wir sind jetzt an einem anderen Punkt als vorher, weil wir jemanden abholen wollen noch. Aber ist erstmal egal. Auf jeden Fall spielen jetzt mit Erik wieder. Hallo. Dann der Dominik. Hallo. Der Georg, ich weiß nicht, hat Georg gerade auch mitgespielt, ja, ne? Ja, Georg hat auch gerade mitgespielt. Ja, hab ich. So, dann der Felix, der ist gerade so ein bisschen weg. Nein, nein, ich bin da. Hallihallöchen. So, dann ist noch Tom dazu gekommen. Hallo. Und, weiß nicht, sind wir noch wer? Max, ne? Ich glaube, Max. Max, 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 Max. Wechsel, gut. Und Tom und Max, die sind jetzt mal gespawnt, also laufen sie erstmal zu dem Turm, den ihr vorhin schon gesehen habt. Und da werden sie dann später sie abholen. Ich bin am Turm. Ja, da laufen wir mal hin, da haben sie drei Zombies. Ja, die machen nix. Zombies können nix. So schön. Wenn ein paar Tom sich stammt. Naja, wir müssen dazu sagen, doch können die Zombies nix, ne? Noch können die Zombies nix, alles klar. Guter Deutsch. Jetzt kommen Zombies. Leute, komm weg. Hier sind Zombies, töten wir sie jetzt mal? Hä? Gott, seid ihr bescheuert? Hier, wir kommen ja schon. Alter. Alter, Jan, was rennt es auch durch mich durch, wenn ich den Zombie töte? Boah, Mann, ich brauche... Ich brauche was zum Snaggen. Hier sind eine Menge Zombies, ey. Und dann gucken, ob hier die Kisten wieder da sind. Ja, ich habe da auch ein bisschen Kisten, ich träume sie aus. Bitte Nahrung. Ja, ich brauche was zum Frasen. Ich habe nix mehr. Ja, Nahrung drinnen. Oh, mein Apfel. Mein Apfel. Mann, oh. Wer braucht was? Ich habe nur anderthalb Herzen. Oh, unbedingt was. Nein, ich halbwütig, der hat nicht. Keine, ich halbwütig ist, wird, wie auch immer. Oh, also, ich habe noch anderthalb Nahrung nur noch. Ich habe vier Nahrung noch. Ich habe anderthalb Nahrung. Heilig war auch, Erik. Okay, Jan, ich gebe dir den Apfel, dann esse ich die Melone. Also, ich bin schon mal vier näher dran als vorher. So, sehr gut. Oh, warum der Pilz? Ähm, jetzt habe ich den Pilz aufgenommen, ist egal. Ich habe noch Schüssel und Pilz, ne? Du hast eine Schüssel und Pilz? Oh, bist du geil. Ich habe auch Pilze, ich habe auch Pilze. Habt ihr Schüsseln, ne? Ja, Leute, wir sollten jetzt losgehen. Wir müssen erst... Oh, Zombie. Wir brauchen unbedingt... Wir brauchen Nahrung und Wasser. Wasser, wir gehen jetzt nochmal runter zum Fluss. Ja, hier unten Wasser. Oh, fuck off, Alter. Der Regen märft so dermaßen. Bei uns schneit's. Ja, das ist nicht... Alter, noch so ein Ding, wenn du fliegst. So, bitte trinken und dann andere Bottles. Ihr müsst richtig aufpassen bei dem Berg. Ja. Gehen wir auch so nah dran runter, ne? Wir haben ja einen sehr effizienten Heiler. Ja, komm, preis dich nicht selber an. Selbstlob stinkt. Aber bis hier. Ja, und ehrlich, stinkt ein bisschen bis zum Himmel. Ja, bis zum Himmel. Oh, Jan, ey. So, dann mal rüber, ne? Und Tauchen. Wir müssen da nicht rüber. Oder ist Felix rum? Doch, ich bin ja am Turm. Ja, dann komm hier rüber, ne Mongo. Ja, wo rüber? Genau, genau am Turm. Einfach Norden. Heiß, Schnee, Berg. Einfach Norden. Du siehst doch unsere Namen wahrscheinlich schon, Janineke. Ich hab irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber ich seh die Namen. Leute, ich hab drei Hunger. Ich darf nicht schwimmen. Mann, kann mir jemand Essen geben? Ja, er hat doch eine Bowl. Er muss einfach nur mal sich zu uns bewegen, seinen kleinen, fetten, dicken Arsch hierher. Auf der anderen Seite von wo du reingekommen bist. Einfach zum Eisgebiet schwimmen. Da hinten ist er. Ja, hier bin ich doch. So, jetzt gib mir gleich mal die Bowl, Felix. Dann mach ich erst mal ne Pilzsuppe. Dann gib mir alle Pilze. Und mal alle Pilze hier zusammen. Ja, oder auch alle Pilze. Also ich hab noch zweieinhalb Herz Nahrung. Ja, eben drum. Gib mir mal Pilz hier. Oh, endlich dieser. Scheuerte Regen ist... Schüssel, Pilze, gib mir... Schüssel, und ich hab noch Fliegenpilze. Und Georg sammelt sie ein, Hammerfett. Die, die... Ich hab... Gib mir doch einfach die... Ja, ich weiß auch nicht. Ich stand hier. Gib mir mal die restlichen Pilze. Die haben wir noch. Wui! Du weißt, wie sie geht, ne? Oh. Mach du denn in Pilze? Äh, ich suppe meine ich. Ich weiß ja wohl, wie die Pilze wo geht. Ja. Dann mach die jetzt auch. Wer rennt da jetzt im Berg hoch? Voll geil. Georg. Ja, ich. Oh, what? Ich den Berg brennen, das verbraucht ich nicht mehr Nahrung. Wir gehen mehr außen rum. So, wer will zuerst? Erik. Ja, warum gehen wir nicht über den Berg rum? Es verbraucht zu viel Energie. Warum willst du denn, Erik, du? Ich hab zweieinhalb Nahrung. Ja, ich auch. Da ist Erik aber wichtiger. Er hat mehr, er hat bessere Russen. Leid, du meinst, hast du ein Schwert für mich. Ich hab, ja. Das ist aber so, und tut mir leid. Ach, Felix, 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 hast du noch Feile? Das hätte ich nur noch mein Eisenschwert. So, hier ist wieder die Füße. Willst du den enchanten Bogen? Ja, gib mir auch bitte. Und ich hab noch einen normalen Bogen, ne? Oh, noch geiler. So, Leute. Hier ist noch der andere Bogen. Hast du noch einen braunen Pilz, Georg? Einen braunen Pilz, damit ich bin, aber hier ist viel rote. Eigentlich könnten wir hier auf dem Eis, wie heißt das? Wie heißt das Spiel, wo die vorne mit dem Wischer stehen? Curling. Curling, genau, das können wir spielen. Ja, aber wir gehen jetzt bitte erstmal weiter. Und zwar nicht über den Berg, sondern hier. Ja, okay, auf, auf, auf. Wenn wir an der Spitze angekommen sind, dann rein. Da ist ein Dorf. Felix? Ja. Ja. Ja, du bist beim Leuchten, dann musst du auf Tom warten. Ja, warte erstmal auf Tom und dann geht ihr zusammen Richtung Norden. Komm, auf, 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 wo bist du, Tom? Bei minus 650, 180. Ach, das ist fast nix. Das geht ja noch. Wenn, wer einen kaputten Lederbrustzahnisch hat, ne? Ich hab noch, ja, wir haben alle Leder, meiner ist voll. Ah, das ist auch voll. Versuchst immer da zu gehen, wo man nicht springen muss, ne? Bist du ja. Ich hab noch zwei Fulle. Fulle. Irgendwann müssen wir sowieso den Berg hoch, ist ja klar. Ja, aber es gibt immer mal irgendeinen Weg, wo du hier so... So, wir gehen jetzt schon mal auf die Kante des Bergs, dann sehen wir das Dorf auch früher. Ey, hier ist ein Weg. Was, wo? Weißt du, wenn wir den Weg gehen? Ja, ja, okay, dann gehen wir den Weg. Ist hier kein Weg. Naja, ist ne Mauer. Äh, wieder so ne Begrenzung. Ja, Marsch, das ist ein Weg. Ja, das ist ein Weg. Ja, bei mir, bei mir Ren hat irgendwie total Leben gerade. Ja, lass mal ein bisschen stehen, damit das... Hey, da unten ist ein Dorf! Och, nee. Ach. Hab ich ja auch nicht schon so wie vorher gesagt. Du blickst hier wieder, ey. Du bist so ein Genius, ne? Süßig, geil. Ey, ihr habt jetzt alle was gegessen, ja? Weil ich bräuchte dringend was. Ich hab dreieinhalb immer noch. Hier finden wir jetzt sowieso 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 sowieso. Ich war nehm doch schon mal, hey, hab mal cool, hab mal schwul, ja. Hab mal schwul, ja. Hab mal schwul, alter. Hab mal schwul. Hey, du schwul. So, wir teilen uns auf, nehmen halt die Häuser durch, ne? Irgendso ein Typ würde mich gerade tollen. Ähm, Erik, ich renne dir hinterher, ne? Hört Zombies. Hier hinten ist ein Spieler. Ein Spieler-Zombie. Ah, okay, da hat der wahrscheinlich auch sowieso 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 sowieso. Hey, komm, ey. Hey, komm, ey. Hast du ihn nicht? Hier ist eine Craftingbox. Hier ist eine Craftingbox. Hier ist eine Craftingbox, Leute. Wow. Hey, Leute. Kommt hier rein. Leute. Nein, ja. Was ist das denn für die Frankie Scheiße? Was denn? Was denn? Was denn? Hier ist ein Kuchenhaus. Ja. Wo ist ein Kuchenhaus? Ja, 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 ja. Oh mein Gott, gönnt euch! Alter, gönnt euch! Oh! Oh, Kuchen! Alter, du bist ne Bäckerei, Alter! Ich kann da essen, ja. Oh, ich bin voll, Alter. Können wir die noch... Ah! Ja. Können wir die auch abbauen? Nee, die kannst du nicht abbauen. Nee. Dann gehen die kann gleich wieder nach Hause. Wir wissen, wo wir hin müssen, wenn wir saufig Hunger haben. Ein Kuchenhaus! Komm, beeil dich, hier ist ein anderer Typ, der mich töten will. Das nennt man doch Bäckerei. Nein, Gott. Nein, Gott. Ey, Leute, ich bin übrigens komplett voll. Ich hab Melonen, ich hab Brot, ich hab alles. Ich hab ne Hoe. Der Typ hat übel viel geklappt. Ich hab ne Hoe. Ich hab ne Hoe. Alter, das hat er richtig gebracht. Wir teilen Essen jetzt auf. Ich hab ne volle Hoe. Cool. Hä. Also ich hab zwei Minuten und einmal Rotten Flash. Ja, oben auf den Dach sind Zombies los, wir locken die an. Ja, die kommen runter, kommen runter. Sind noch nicht viele oder so. Dann lass mal im Haus erstmal bleiben, guck mal. Ich hab 5... Wer ist Bogenschutz hier, Georg? Felix, ach. Ja, Felix. Wir waren da noch gar nicht in allen Häusern. Felix, ach du. Ja, ist halt, da hinten waren wir noch nicht drin. Ja, hier nebenbei. Ey, ich hab Zucker auch übrigens, ne? Ist voll cool. Super geil. Ja, der nebeneffekt ist die Scheiße. Wieso weiß der nebeneffekt? Ich kenn nur den Speedboost. Ja, nach dem Speedboost wirst du einmal... Also, dass du halt nichts wieder sehen kannst, findest halt. Da kommen ganz viele Zombies, Leute. Leute, aufpassen. Ah, helfe, helfe, helfe. Alter, was für ne kranke Scheiße an Zombies, die abgeht. Wie will die einfach niedermachen. Leute, ich muss noch mal ein Inventar ein bisschen teilen, weil... Äh, ich hab viel. Ja, wir verteilen jetzt die Nahrung. Und hier hab ich Kettenrüstung. Wer will Kettenrüstung? Ich. Ich. Wissen du da? Dann brauch ich das. So, ähm, Leute. und sich stellen danach hin. Richtig in Ordnung. Richtig in Ordnung. Ich hab hier noch Holz wert für dich. Norden. Richtig in Ordnung. Ich hab' ziemlich viel Zeug gefunden. Klautsch gerade an der Küste. Ich hab' drei volle Holz, ich hab' drei volle Holz später, Leute. Knapp 400, okay. Bitte? Ich hab' Zucker jetzt noch. Knapp 400. Wegen Rund. Ich hab' einen Zucker. Äh, Leute wartet mal, ich hab' hier einiges für euch. Ich warte, wer brauchte... Oh, ich war hier schon überall. Jan, komm mal runter, ich hab' hier ein bisschen was für dich. Hab' Pilze und so. Ich bin hier einsam in dem Haus rum. Kann nichts machen. Ja, Felix, die Nahrung verteilen. Jaha, ich kann mich nicht bewegen wegen Hunger. Ähm. Felix, du brauchtest noch ein Holzschwert, ne? Ja, ich hab' jetzt schon aufgefüllt. Der Typ hat mega viel gedroppt. Wo seid ihr? Seid ihr hier in dem Haus drin? Okay, ähm, ich hätte noch ne Steinwachsen. Oh mein Gott, Georg. Wenn ich jetzt vorher... Ja, ich denk' da oben drinnen ist was. Okay, Georg, ich heile dich. Will jemand ne Steinwachsen haben. Nee, nein, 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 brauchst du nicht. Noch nicht, noch nicht. Ich will das nochmal versuchen. Ah, Zombie. Pass auf, Zombie. Ey, Felix, hier. Ja. Heile mich mal, Erik. Weißt du, wie man damit umgeht? Ah, okay, dann kann ich auch euch mal erklären, wie das umgeht. Ey, ich bin kein Leerkämpfer. So, man hat hier eine Vantage, die macht einen Linksklick auf den Spieler, den man heilen will. Danach, um es zu verbessern, kann man danach gute Farbe nehmen. Felix, Farbe? Und dann mit der Schere Linksklick. Nee, nee, Erik ist Heiler. Pfeile? Ach, Pfeile, ja. Wenn da so ganz viele Herzen aus der Spieler rauskommen, dann seht ihr, dass ihr Erfolg habt. 500. Ey, ich glaub' Georg blutet. Ja, ich heil' ihn. Wo ist Georg? Da ist Georg. Warte auf den Kopf. Nee, das kostet nix. Da ist Georg. Da hinten stehen wieder Zombies. So. Ey, ich werd' jetzt verrottetes Fleisch los, man. Das nervt. Braucht' jemand noch ne, ähm... Braucht' jemand noch ne Schere? Bin bedient. Ja, ich hab' keine. Gut, ähm, dann kriegst du auch gleich noch... Hast du auch grüne Farbe? Ich hab' keine Farbe, nee. Ich guck' währenddessen mal auf die Map, wo wir... Ich hab' auch keine Schere bekommen. Ach doch, jetzt hab' ich eine. Ich hab' hier einen Bogen, Felix. Ja, ich weiß. Ich hab' übel viele Bögen, also... Ihr kriegt keinen davon. Was? Wo bist du denn? Äh, ich muss mal kurz zu dem Wasser... Willst du dafür die Axt haben? Ne, ich mein' Inventars voll. Wir müssen aber unbedingt zu einer Chess, dass ich die mal loswerden kann, die ganzen Nacht hier, Rottenflash und sowas. Hä, schmeißt das ins Feuer. Chess verschwinden, soweit man sie benutzt. Ne, aber ich kann da was reinpacken. Na gut. Äh, 180? Ich bin jetzt 340 und hab' hier im fetten Trunk. Ja, gut, dann... Ja, dann weiter im Norden, weiter Richtung Norden. Georg, wo ist Georg? An dem Berg ein bisschen vorbei, dann kommst du auf'n Weg und dann links. Je nach 680, minus 570. Okay. Max, wo bist du? Ich würd' sagen, hier warten wir dann auf die anderen Mal. Ich hab' nur ne Flasche, will die einer? Ich hab' drei Flaschen insgesamt, ich hab' noch eine übrig. Äh, gib' mal her. Ich hätt' gern' noch eine. Max, wo bist du? Jan, kannst du jetzt die Axt nehmen? Okay. Kann ich ja. Oh, da ist grad' ne Kiste respawned. Milch, oh geil. Brauch' noch einer Milch? Dann respawn die hier gleich alle. Ah, die sind dann alle. Ich hab' schon einmal Milch. Dann brauch' ich das Milch. Dann brauch' ich das Milch. Wieso, unbedingt? Nein, ne, ich kann ja heilen, Vergiftung. Also, ich bin noch ein Nerd-Biffen-Oscar. Ja, das heilen, ist irgendwie so dumm. Fagge, ich hab' ein Eisen... Na, ne, guck' ich schmeiß' So, Leute, wir räubern das Dorf jetzt nochmal aus. Aufpassen, da hinten sind wieder sauviele Zombies. Äh, Leute, ich hab' jetzt 8 Kakaoboden und 2 Weizen, ne? Wirklich? Äh, kommst du, Felix, wenn wir die Zombies verkampen? Ja. Dann gehst du mal gleich zur Crafting-Boxer, ne? Ja. 600, wieviel? 180 Weizen? Werde schießt du? Minus 100. Ich bin am nördlichsten Ausgang vom Neusturm. Von diesem mega fetten Turm. Geh einfach zu den Koordinaten, die ich dir gesagt habe. Ich hab' ne Axt und Shane Boots. Und ne ganze Shane Rüstung. Aua. Na, denn ich geh schon mal Richtung Norden. Wer Heilung will, der muss sagen. Ja, dann heilte ich ihn. Ich will Nahrung. Ja, haben wir auch hier. Äh, wie mach' ich die Kekse hier? Bei Minikook, Weizen, Kakao, Weizen. Ah, hier ist noch ein Bogen. Bei Minus 500. Ey, wie alt seid ihr? Könnt ihr euch eure Wasserflaschen auffüllen, falls ihr wollt, ne? Wo? Wo denn? Wo? Und, äh, unten in... In diesen kleinen Kästen. Zu Minus 500? Bei EZ. Jetzt wo, hä? Wo denn? Hier. Da rein. Genau, Minus 500 und ähm... 700. 700, ja okay. Ich bin jetzt bei knapp 700, 330. Puh. Ich hab auch nen Bogen, jetzt. Max hab' ich immer noch nicht gesehen. Max ist wahrscheinlich wieder raus mit seinem Internet, ne? Ja, ich bin da. Oh, hier ist Weed. Also Weizen. Typisch, Jan. Ne, ist klar. Gucken wir ab in den Öfen. Ne, in den Öfen ist nix dran. Was ist los? Ja, ich heil dich. Heil mich mal. Ja, ich heil dich. Heil mich mal. Alter. Wo bist du jetzt? Ich seh' jetzt den Weg. Wer braucht noch Heilung? Wer braucht noch Heilung? Wer braucht noch Heilung? Nö, braucht noch nicht. Ich hab noch neuneinhalb Herzen. Ich schätze mir 4-2. Dank meinem Sprung. Muss ich diesen Steinweg vollen? Jan? Ja, nach links! Zu uns. Ich kann gleich auch noch mal Cookies machen. Also er hat 23 Sekunden cool dann noch, Jan. Achso, ich mach gleich mal Cookies, wenn ihr irgendwo meine Craft im Dorf habt. Also ich seh' ein Dorf. Ja, ich weiß, wo eine ist. Ich weiß, wo eine ist. Kommt mit Jan. Oh, Dominik, Dominik nicht so laut, ne? Ich seh' ein Dorf, wie ich betrete es. Ich seh' ein Zombie am Brunnen. Soll' ich ein Brunnen darstellen. Bin jetzt in nem Dorf bei knapp 700 minus rund 100. Ich seh' da Leute, das seid ihr. Hä? Ja, da ist Tom. Ja, da ist Tom. Edet ihnen da alle als Freund. Hey Tom. Ja, okay, warte. Wie geht das? MZ, ähm, Friend, alles zusammen und dann Leerzeichen den Namen. Ach Gott, ne. Oh, hier sind wieder Lederstiefel, das ist gut. So, mit dem Edden... Das musst du halt jedes Mal machen. So, mit dem Freund Edden endet auch schon unsere nächste Folge... Äh... Zweite Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.